geschafft bisschen unterzugzwang aber das interessiert ja niemanden und ganz viel rezept fleisch sehr schön gut das aktivieren kann man das eigentlich auch aktivieren das brauche ich nicht red fox god ist in der höhle einmal black foot und dann gleich einmal hier oben obwohl das red fox god ist da auch oben kann ich ja die auch gleich machen so 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 20 stück brauche ich von denen alle so 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 ganz silber wichsen werde ich jetzt noch nichts machen da bin ich noch zu ander level und gegen kerrigan auch noch nicht die steht ein bisschen weiter da unten und schaut eigentlich ganz putzig aus so genau das verdammt ich komme hier nicht vorbei ich muss zur anderen seite rauf sonst muss ich gegen die bosse kämpfen gegen die habe ich keine chance so 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 einmal außen rum so 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 an so so jawohl hier habe ich die red fox population super natürlich wieder an zweiten angelockt so zieh ihm das fell über die ohren jawohl und bekommt ganz schön oft diese gebrochenen los dingensens wie heißen die stone pieces und schon wieder ach das sind steintafeln die gebrochen sind dann ah i i see i see an der linie tralala irgendwie so leise geraten es regt mich selber bis lauf hallo angreifen man an mh 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 So, vier Blackfoot noch. Noch zwei Redfuchs Fälle. Noch eins und, jawohl, abgeschlossen. Zack, jetzt brauche ich noch die Blackfoot. Was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen denen? Und die schauen doch gleich aus. Die sind doch gleich, oder? Nur vom Level unterschiedlich. Blackfoot ist 19. Und Redfuchs ist 18. Genau. Nein. Da ist noch ein Blackfoot. Fort. Halt. Halt, jetzt so. Ha. Hm. Gut. Und ein Haufen Redfuchs geht's. Da muss ich halt jetzt echt nochmal außen rum. Helfet ja nichts. Hm. Also 13 Stück. Ähm. 28% brauche ich noch. Hallo. Ich könnte natürlich auch in die Höhle reingehen. Da habe ich dann natürlich mehr von diesen Redfuchs Gods. Aber ich glaube hier, es passt schon so. Schön in Ruhe immer drei Stück clearn, ohne ihn oben in den Silber wichsen und Ding reinzulaufen. Sollte machbar sein. Sollte machbar sein. Sollte machbar sein. Noch 10. So, dann einmal wieder noch unten und der Spawn schon, der erste wieder. Noch 8. Noch 7. So, dann nehmen wir dich schnell. Ah, super, jetzt Spawn da. Ist das dein Ernst? Na, Junge, ist das dein Ernst? Na, und dann von hinten auch noch ins Knackgebissen. Ist das so unfaire Füchse. So, 4 Stück noch. Ach, du hast Kerrigan, ich dachte gerade, wo ist die hin? Komm, greif an, Junge. 2 noch. Trommelwirbel. Erstmal wieder HP reinpumpen. Und letzter. Perfekt. Oh, ich hoffe, dass es richtig viel XP jetzt gibt. Und zack, einmal zurück. So, fangen wir unten an. Oh, die Karte schaut nice aus. Überall offene Quests rollen. So, Numero 1, Numero 2, kein Level Up. Oh, leider nicht. 2 Quests muss ich nur abgeben, dass ich Level Up werde. Also, 2 gute Quests.